Ja, Moin. Neue Folge. Tagschmess. Ich sehe es mit Muni. Ich sehe es gerade nicht. Zeigst du mir nicht wie viel Muni? Ich sehe die Kirche. Hier drauf noch ein Café. Das ist, wo es vulnerable ist. Das ist, wo ich zurückkehren muss. Das bedeutet, dass ich mich wieder aufhören muss. Aber diesmal, werde ich Eddie Schrode mit mir für einen Räder nehmen. Okay. Warum ist dieses Ort? Filthy Kirche? Widerlich Kirche. Ich sehe es richtig. Das ist nicht so eine Kirche. Kann ich die aus? Knipsen? Nein. Schau drauf. Ah, schaut's. Die Bombe. Wir sprengen uns auch in die Luft. Steigen. Schau drauf. ảo es wird nicht die Luft. Verläutert? Ja, ich rscht. Daah! Kaffee. Dann hat er sich nicht dran. Schau drauf. Der Schlauch ist. Der Schnauch ist mit der Fall. Der Schlauch ist schnau. Spannend Oh, oh, ist der nicht... Ich schalte mich nicht mehr so weit, aber auch so weit wie ich die Schmerzen vagy We'll turn the damn bloodlines on! You can't do that shit at all! Don't fucking hurt me! Look at him! Right here! What the hell? We have the right to remain. We have the right to remain. We're doomed! We're doomed! That's it, Luca. That's a bad boy. What you going to do? They're out of fire! They're out of fire! They're out of fire! How is this? Nowhere to run, daqui! Nowhere to happen! Wirklich? Ja, ja. Jetzt wirklich schon. 10 . . . . . . . . Ich habe einen Selbstmord gehabt. Was ist das? Ich sehe nichts. Ich kann schießen, aber... Ich habe eine Bombe in die Luft geflogen. Ah, da hat der Flashlight. Okay. Jetzt, erzähl mir. Wer hat dir geholfen bei der Türkei? Ja, ich weiß nicht. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich habe es auch Spaß. Geh mir das Power Drill. Natürlich, Eddie. Es ist nicht Eddie, du fucking moron! Es ist Kapitän Schropp! Oh shit, sorry. Natürlich, Kapitän Schropp. Jetzt werde ich euch erzählen, wie das funktioniert. Du erzählst mir, wer du auf die Hände auf der Türkei-Bas. Du erzählst mir, wer die Brief-Case sah. Du spielst den Ball, und du wirst schnell. Insofern, du kriegst kleine Schropp in die Hände in deinem Kopf. Und glaube ich, ich habe das schon gemacht. Du glaubst, du bist ein schwerer Kind, aber du willst nicht die zweite Route gehen. Du hast Pauly gemacht, richtig nervös. Das kleine Turd ist so paranoid, ich muss ihn in eine safe place, bis die Heat dies. Jetzt sagst du Pauly. Heilige Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at... Mother of God? Das ist eine gute Idee, Boss. Ich meine, die shipmenten wir kommen haben. Well, nicht zu ihm, du dummer Schropp! Was ist die Unterschiede? Wer wird es sagen? Wer wird es sagen? Wer wird es sagen? Du sagst, wir werden ihn verraten. Oh, ja. Wir werden ihn verraten. Und wenn du noch ein Wort sagen über Mother of God, wir werden dich verraten! Das wird glosig. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab mich selbst, wie immer, wie immer, blabber-mouthed Leute. Kein Grundsatz, kein Respekt. Oh, du wirst all das später machen. Ja. Jetzt, wo waren wir? Oh ja, fuck you. Oh wow, das Rumbled Onion. Ja. Du weißt, dass keiner von diesem Leben rauskommt, oder? Du weißt, Estacato, ich nie mag Pauly, Franchetti. Wenn ich dich nicht töten würde, würde ich dir ein Drink für was du getan hast. Du lowlife, fucking rat bastard. Die, du fucker. Ja. Ja. Keep licking Eddie's ass, you cunts. Polishes sweet butt crack. Boy, you sure did put the cat among the pigeons, Estacato. You know what I'm saying? That means you fucked everything up. Why? Now we gotta do what we gotta do. You. That's it. That's all we gotta do. Get it? Yes. Yes. You're fucking hilarious. You think fuckface eight could ever make me talk? Mmh. Manny messed up your face. I wouldn't wanna be in your shoes, boy. You know. Ja, sie macht ja gerne ein bisschen Schatten. Du weißt, bevor du weißt, was ich bin. Was ich noch mal ein bisschen Schatten? Ich habe einen Mann gesehen, eine Schatten zu einem Schatten, bevor ich die Drill... Nein, schlusser Puffik! Und das? Das war die zweite Mal, ich weißt. Die Schütze Landen wir jetzt wieder in den Schützengräben? Wir sind wieder beim Zug. Die Schützengräben Der Master will kill us! Again you fail! Wartless host! Kann ich nicht schiessen? Wir mussten eine Munition finden. Hier haben wir sicher keine. Diese Animationen sind sehr speziell. Und... Es ist kein Wunsch, old Jack. Wir arbeiten ohne eine Schütze. Wir müssen einen finden. Somewhere else. You are without hope. Ich finde eh nicht. Also hier vorne sind sie sicher. Wir müssen gut bleiben. Es ist Mut. Wir schauen gleich schnell. Wir können auch nicht mehr. Hervorragend. Und hier geht es dann wahrscheinlich erst näher. Zuerst muss ich das Tor aufschiessen. Das haben sie hinterher müssen, als es noch vermutet. Wir sind froh, wenn er erschossen hätte. Ein armer Teufel. Sie sollten ja froh sein, wenn er erschossen hätte. Ich habe ja gar keine Waffen mehr. Noch besser. Sie stehen ja im Griff. Sie stehen auch im Griff. Sie stehen auch im Griff. Sie sind auch im Griff. Sie stehen auch im Griff. Hier ist's. Die Bude nachgestattet. Zwei Schuss. Daran kann ich mich mal nicht schauen. Ich bin mir da vorne. Nein! Geht's mir? Geht's mir? Geht's mir? Was ist denn los? Geht's mir raus? Okay Geht's mir gut Hä? Ist zu hell da? Ein Schuss Ich muss noch ein bisschen Munitionen sparen Geht's mir Geht's mir Kehing Geht's mir Ich habe jetzt wieder hingewechselt, obwohl ich die Waffe verbiegelt habe. Sorry, aber wechselt das hier die falschen Teile? Also, ich habe hier noch einen Schiff. Ich habe hier noch einen Schiff. Ich bin zufrieden. Hallo. Ich weiß nicht. Ich muss hier dunkelheit nicht mehr anschauen. Was ist das? Ich habe gar kein Licht. Ich bin ein Schwerpunkt. Ich bin ein Schwerpunkt. Das ist ein Schwerpunkt. Was ist das für mich? Was ist das für mich? Power! Das geht zu gut. Im Dunkeln ist es gut, Munkel. Jetzt haben wir das Kalignis. Dann gehen wir wieder um vorwärts. Wird ein Verzück im Dorf. Ein Ort zu schlafen. Essen und Trinken. Vielleicht ein Stück für die Schutz. Ich brauche eine Kanonshell. Ich brauche ein wenig Hoffnung. Ich brauche, warum die Schmerzen zu mir lieben. Ich brauche dich wieder zu sehen. Ich brauche die Schmerzen. Mission Granate. Hoch! Da war ich auch schon mal. Nur ist dann das Gitter nicht so einfach rausgeschossen. Wo sind wir dann rein? Ich bin genau am anderen Ende. Ich bin genau am anderen Ende. Ich bin nicht mehr. Ich brauche die Dunkelheit mal weg. Die Dynamation funktioniert auf jeden Fall wieder. Die Dynamation funktioniert auf jeden Fall wieder. Well done, old chap. Miss Majesty's can never be of service. Ich bringe es jetzt mal nicht um. Aber es wird natürlich noch mal extra die Rabah, glaube ich, geholfen. Die Frage ist, wo der Typ jetzt ist. Wo er mir meine Granaten gibt. Wo er mir die Tür hat. Sonst hätte ich eine Tür, die hier vorne aufgegangen. Ich sage dir nicht, dass sie die, die ich hier gekillt habe. Die hätte mir jetzt eine Granate gegeben. Dann wäre ich sozusagen am Arsch. Oder zu sehen. Trenches. Die gehen auch nicht auf. Hier kommt die runter, aber der Willi das. Da muss ich wirklich so weit zurück. Das wäre ja Backtracking, die Hölle. Ja, es sieht aber so aus. Hier vorne... Was willst du noch da? Kann man hier nicht tippen? Der Hirsi ist wahrscheinlich zu. Well done, old chap. Granaten. Ignore them. We hate you. Hat es doch irgendetwas gegeben? Das Gespräch. Aktualisierung. Was hat das aktualisiert? Ich wäre jetzt eher zu den Hills gegangen, oder? Ist die Rennschützengräben? Shit. Nein. Ich kann mich nicht orientieren bei diesem Spiel. Oh, bitte. Wollt ihr die weg, Lade? gut etwas gebad? Sie haste eine Forbe balan, Jacki. Es ist ein glasen Glorier. Unsere Menschen können endlich die Offensive machen. Es ist alles zu dir. Olha. Ich würde dich etwas machen. Ich würde dich das zu meine Frau. Ein Brief oder so, aber ich habe nichts bekommen. Ah, der Armreif! Vielleicht ein bisschen wunderschön, nicht wahr? Diese habe ich auch. Ja, da steht ja immer noch an den gleichen Ort. Ich hörte die Schmerzen und sie wusste, dass es dich war. Nicht dich. Einmal in dir. Einmal, dass kein Recht da sein. Ich höre die Schmerzen. Die Schmerzen, weil sie weiß, ich werde zu kontrollieren. Weil sie Angst haben. Ich bin der Schmerzen. Endlich, du bist zurück. Du hast die Schmerzen zu schrauben, Jacky. Ich kann es in der Luft. Geh auf den Tank, Jacky. Man die Schmerzen, ich stehe. Wir haben ein paar Geld zu verleiten. Das ist schnell schnell. Das ist nicht so, was ich? Ich bin der Schmerzen. Ich bin der Schmerzen. Das war's für heute. Halleluja! Halleluja! They're coming in from the right! Hehehe Take those German soldiers now! I'm going in here! I'm going in here! I'm going in here! Take place! WDR mediagroup GmbH-4 Das ist eine Art von Köln. Sie kommen von der Seite! Wait! Hallo? Das ist von Estacado! Oh mein Gott! All right! There she goes! I can't see it! Back home! Let's go! Sniper! I can see it! Sniper! Oh, there's a question! Oh, there's a question! Ah, you're ready! I think we're almost there! I think we're almost there! I think we're almost there! Is that what she is? Let's go! All right, we're doing fine, Jack! We're in the middle of the floor! Hey, we're too low! Let's go! Let's go! Let's go! Mission failed. Let's go! I thought we were goners there for sure! Goddamn tank almost crushed my spine! Hey, you don't look so good, Jackie! I'll go find something to get you out of here! Don't go anywhere, kid! Don't go anywhere! Don't go anywhere! Don't go anywhere! Don't go anywhere! Over here, you ugly bastard! Come on! You want him? You gotta take me first! Get away from him, you ugly piece of shit! I'm the one that brought this on our family! You think I'm afraid of you? I've been here too long to be afraid! Come back to hell! Oh, no, no! He's in the tank, come on! We're gonna hit the sûrs, don't you just see it! Oh! Oh, avlee, yeah! There you will be used here! You and me. Das war's für heute. Was ist das, was ich in mir drin habe? Im Original? Mit einem Besteigen da? Das ist ein... ...es Dämmöndchen irgendwie. Ich denke, ich sehe es, Jacki. Ich weiß, was ist falsch mit der Schmutzung. All diese Jahre alleine zu denken. Es hat 1,000 lifetimes gelebt. Und es war einfach so. Es war uns, sieh. Wir sind die große... ...missache. Oh, Gott. Ich kann etwas in mir fühlen. Es geht. Nothing blew, Wolf! Oops! Don't forget me, kid! It's okay. Das ist ihm, ist er. Ich bin mehr da für sie später. Ich wusste schon, dass ich mit mir verlaufen habe, aber ich sehe es besser jetzt. Ich weiß nicht, dass alles verändert. Du bist derjenige, Jackie. Du solltest immer sein. Hey, kid. Ich glaube, ich habe es. Das Ding über die Licht und die Schmerzen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Do not interview! Eray the darkness. Ich habe das Gefühl, dass ich hinten bin. Es killt mich, wenn ich nachher komme. Ich hätte es wirklich Bock, hier reinzuspringen. Aber ich mache es jetzt nicht. Wie komme ich da? Die Fensternisale. Ein Loch. Da komme ich nicht rein. Oder ich muss trotzdem hier reinzuspringen. Irgendwo müssen noch Granaten sein. Das ist die Wahrscheinlichere. Da ist doch ein Brief. Ein Brief. Das ist natürlich. Das ist die Wahrscheinlichkeit. Das ist die Wahrscheinlichkeit. Die Belüfter. Die Belüfter. Das kann man theoretisch kaputt machen. Das ist die Frage. Was hat jemand Nein? Das ist die Wahrscheinlichkeit. Was ist, wenn du am Ende der Linie getrennt? Ich meine, was dann? Vielleicht ist es ein Weg raus. Und ich kann es noch nicht finden. Oder vielleicht ist es hier. In der Herz der Dunkelheit. Oder vielleicht bin ich einfach in eine Schrappe. Oder vielleicht bin ich einfach in eine Schrappe.